Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Knapp unter 10.500 heute Morgen der Markt und wir sind nach wie vor in der engen Spannung zwischen 10.200 und 10.800 wie seit Monaten. Und der Ausdruck über die jeweilige Marke wird entsprechende Bewegung bringen. Die Unterstützung heute noch um 10.380 und Widerstand bei 10.650, um die engeren Marken zu nennen. Aber wie gesagt, alles Geplänkel. Die großen Marken 10.200 und 10.800 bringen die Entscheidung. In Deutschland werden heute Morgen Exporte bejubelt. Tolle Exporte im August. Plus 5,4% nach oben ging es hier gegenüber dem Vormonat. Ja, im Juli waren es 2,6% minus. Das ignoriert man gelegentlich gegenüber dem Vorjahr. Da sind es sogar 10% plus, die wir hinlegen im August. Ja, aber das Ganze ist leider ohne die sessionalen Effekte rauszurechnen, wie Ferienzeiten und Werksschließungen. Das ist alles unberücksichtigt. Und wenn man mal auf das große Bild schaut, in den ersten acht Monaten zusammen ging es um 0,8% gegenüber dem Vorjahr nach oben. Das werden Sie wahrscheinlich im Mainstream so irgendwo am Rande finden, diese Ergänzung dazu. Man feiert diese schöne Monatszahl, ohne auf die Zusammenhänge zu schauen. Aber das sind wir ja gewohnt. Die Bundesländer wollen ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Das ist zumindest in der Planung. Das heißt, das sind noch entspannte 14 Jahre bis dorthin. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Das bedeutet eigentlich, dass Forschung, Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren mehr oder weniger sinnlos ist, wenn man über siebenjährige Fahrzeugzyklen nachdenkt. Also das Thema Verbrennungsmotoren wird so oder so beerdigt. Ob sinnvoll oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Der eine oder andere Techniker mag sagen, das ist das Effizienteste. Und überhaupt, es spielt keine Rolle. Es wird politisch gewollt. Es ist momentan das Thema, wo man hin möchte. Und dann wird das auch passieren. Ganz egal, was sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und deshalb, das Thema Verbrennungsmotoren wird sich verabschieden. Offengestanden. Ich traue dem alten V8 irgendwann hinterher. Chinas Zentralbankchef, der warnt vor einem Platzen der Immobilienblase. Na, immerhin, wenn der es schon sagt, dann waren wir schon eine ganze Weile davor, dass das Thema kommt. Und ich frage es nicht, ob es kommt, sondern wann es kommt. Und die Anzeichen dafür, die werden immer größer, die Blase immer dramatischer. Teilweise gibt es inzwischen 30% Steigerungen der Preise am Immobilienmarkt in den Top-Städten. Auf dem Land sieht das ganz anders aus. Da wissen Sie nicht, wohin mit. Was war passiert? Wir hatten vor ein paar Jahren eine Riesenimmobilienblase schon gehabt. Dann drohte das abzukühlen und es kam zu gefährlichen Entwicklungen. Daraufhin hat die chinesische Regierung die Zügel wieder maximal gelockert und die Bedingungen gesenkt, mit denen die chinesischen Immobilien kaufen können. Das haben die auch getan. Die rennen im wahrsten Sinne des Wortes den Verkäufern die Hütte ein. Da gibt es Videos im Netz. Da sehen Sie, wie ein neues Immobilienbüro aufmacht. Und die Leute davor drücken so rein, dass sie die Türen aus den Angeln heben, um schnell den Vertrag zu unterschreiben. Ein völliger Wahnsinn. Ich meine, anders kann man eine Blase kaum besser definieren. Und die Chinesen verschulden sich, als gäbe es keinen Morgen mehr und treiben die Preise nach oben. Ja, während scheinbar internationale Investoren verkaufen. Das ist das, was wir eigentlich schon seit zwei, drei Jahren hier immer wieder thematisieren. Die großen internationalen Investoren, die über die letzten Jahrzehnte, 20, 25 Jahre, Geld nach China gebracht haben, um an diesem Boom teilzuhaben. Ihre Währungen in nationale Währungen, Renminbi, umgetauscht haben, um dort Immobilien zu kaufen. Von diesen Preisaufstiegen profitiert haben. Die wollen jetzt raus, raus aus dem Land, raus aus dem Thema verkaufen ihre Immobilien. An jetzt, ja, die privaten Chinesen, die mit hohen Krediten ihnen das abkaufen. Dafür bekommen die internationalen Investoren wieder ihre Renminbi in die Hand, die sie mal bezahlt haben. Ja, und die holen das Geld außer Landes. Tauschen es bei der Zentralbank wieder um in US-Dollar, Yen und Euro und bringen das Geld nach Hause, um ihre Kredite zurückzuzahlen. Das heißt, die großen internationalen Player, die Haie, ziehen sich aus dem Markt zurück, machen Kasse. Ja, haben einen Dummen gefunden, der es bezahlt, nämlich ihnen den Scheiß abkauft. Nämlich die chinesische Bevölkerung auf neue Kredite. Ja, und das sehen Sie auch daran, dass die Währungsreserven weiter sinken auf den tiefsten Stand seit geraumer Zeit. Da sehen Sie daran, dass die Währungsreserven weiter sinken und die großen Investoren also ihre Gelder nach Hause holen. Und das sieht man auch daran, dass der Juan gegen US-Dollar auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren fällt. Ja, wieso das denn, wo es so in China so toll läuft? Da müsste auch Nachfrage nach Renminbi bestehen. Das Gegenteil ist der Fall. Niemand will ihn haben. Im Gegenteil, man tauscht den Mimbi gegen US-Dollar, weil man das Geld außer Landes bringt. Das heißt, die Währungsreserven sinken, obwohl ein Handelsüberschuss besteht und damit die Reserven eigentlich steigen müssten. Obwohl es hier so toll läuft und eigentlich damit ja Kapital angezogen wird. Das Gegenteil ist der Fall. Kapital verlässt das Land. Und das, was verkauft wird, kaufen die chinesischen Privaten. Nun, das ist eine spannende Blasenbildung und wir sind sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Nun, eigentlich wissen wir, wie es ausgeht, nur in welchen Zeiträumen das abläuft und in welchen Dimensionen, die man sich, glaube ich, nur ansatzweise vorstellen kann. Die Unternehmenspleiten in China sind inzwischen für 2016 mit plus 20 Prozent erwartet gegenüber dem Vorjahr. Und damals ging es schon um 14 Prozent nach oben in den Unternehmenspleiten. Das Factoring nimmt zu, weil das bedeutet, dass die Firmen auf hohen Forderungen sitzen. Und um ihren Geschäftsbetrieb zu finanzieren, verkauft man die Forderungen an andere mit Abschlag. Nennt man Factoring, gibt es hier auch schon lange. Aber in China gibt es das immer dann, wenn es zu eng wird, wenn es finanziell eng wird. Und zwar in großen Dimensionen. Das passiert gerade. Eng wird es finanziell übrigens auch bei Norwegen. Die entnehmen 2016 und auch zunehmend 2017 schon geplant immer mehr Geld aus dem Staatsfonds. Den haben sie mal mit den Ölmilliarden aufgelegt für die Zeit irgendwann nach dem Öl. Ja, das scheint begonnen zu haben. 15 Milliarden wollen sie 2017 entnehmen. Tendenz steigen, wenn der Ölpreis nicht weiter anzieht. Und warum sollte er das tun? Da, die Deutsche Bank, die ist heute wieder mal Thema. Wobei, eigentlich fast nur noch am Rande. Denn am Wochenende wurde bekannt, dass die Deutsche Bank ohne Ergebnis dasteht. Also nichts von wegen, sie haben sich geeinigt mit den amerikanischen Behörden auf 5,4 Milliarden statt 14 Milliarden. Was ja auch schon eine heftige Hausnummer wäre. Aber wir erinnern sich noch dran, Freitag vor der Woche, wie hieß es denn da? Deutsche Bank hat sich geeinigt. AFP hat das gemeldet am Freitagnachmittag kurz vor Börsenschluss. Deutsche Bank hat sich geeinigt, steht mit dem Ministerium bei 5,4 Milliarden. Alle Probleme beseitigt und die Börsen sind nach oben gesprungen. Die Deutsche Bank ist um 15% nach oben gesprungen. Und die Märkte haben sich gefreut. Das war Marktmanipulation reinsten Ausmaßes. Völlig ohne Sinn und ohne Hintergrund, ohne Fakten, wurde so eine Meldung von einer der großen Nachrichtenagenturen lanciert. Wie auch immer hinter dieser Nachricht steckte. Und hat massive Bewegungen, Milliardenbewegungen an den Märkten ausgelöst und damit verdient. Da ist keine Untersuchung in Ansicht. Keine Börsenaufsicht guckt hier wegen Marktmanipulation. Wird komplett ignoriert. Und die Meldung, dass die Deutsche Bank keine Einigung erfahren hat, dass man mit leeren Händen aus Washington zurückkommt, die findet heute nur in Randnotizen statt. Das ist eine schöne neue Medienwelt, die wir hier haben. Und wie gesagt, die Börsenaufsichten scheinen seinen feuchten Kehricht zu interessieren. Diese Betrügereien, diese Marktmanipulationen scheinen mittlerweile das neue Normal zu sein. Schlimm genug ist es. Bleiben wir nochmal bei den Banken. Der Hauptgeschäftsführer der Banken, Kemmer, der hat sich geäußert auf seiner Auslandsreise, Deutschlands Banken müssen sich im globalen Wettbewerb nicht verstecken, meint er. Nein! Deshalb sind ja Deutsche Bank und Commerzbank so wunderbar stehen die da. Da macht es ja keine Gedanken drum. Die müssen sich nicht verstecken. Ja, wenn die nicht, wer denn bitteschön dann? Und die Warnungen des IWF sagt er, sei nicht so neu. Ja, dann! Wir sind schon lange ein Problem für die Welt, also stellt euch nicht so an. Oder was soll die Aussage bedeuten? Nun, macht auf jeden Fall Spaß. Schäuble mischt auch mal mit, man muss ja auch in seiner Funktion und sagt, es wird zu viel geredet. Nun, so kann man es natürlich auch machen. Vielleicht hätte er in den letzten Jahren eher handeln sollen und vielleicht ein bisschen mehr reden sollen. Und zwar den Banken rechtzeitig ins Gewissen bzw. die Schranken so stecken sollen, dass sie eben so einen Blödsinn nicht machen können, statt sie zu hofieren und ihre Wünsche auch noch in die Gesetzestexte schreiben zu lassen. Exemplarisch war das ja damals bei Cum-Ex-Geschäften der Fall. Die haben die Lobbyisten der Banken direkt ins Gesetz geschrieben und die Lobbyisten wurden dafür sogar noch von der Politik bezahlt, wie Monitor ja unlängst in einem tollen Bericht zusammengefasst hat. Das war unter Steinbrück. Und erst unter Steinbrück wurden diese Cum-Ex-Geschäfte legalisiert, von denen die Banken selbst wussten, dass sie illegal sind und haben dann dafür gesorgt, dass ihre Lobbyisten das Gesetz so geschrieben haben und so umgesetzt bekamen von Steinbrück, dass es legalisiert wurde, was die Sauereien gemacht haben. Und unter Schäuble ging das jahrelang weiter. Vielleicht hätte man da vielleicht mal früher und lauter reden sollen. Gerne auch hinter den Kulissen. Das BAMF! Kommen wir auch mal hier wieder zu den juristischen Themen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird ja bekannt. Erstmal hat man sich gewundert, Mensch, da kommen plötzlich welche mit falschen Pässen. Ja, erinnern Sie sich noch letztes Jahr, als sie gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass hier Hunderttausende reinkommen, wo man gar nicht mal weiß, wer das ist, ohne Pässe, wie weggeworfen wurden oder mit gefälschten Pässen. Da hieß es, nein, das macht doch keiner. Die sagen schon, wo sie herkommen. Und dann fragen wir ja auch, was für eine Sprache die sprechen. Da lernen die die syrische Nationalhymne auswendig. Und dann ist plötzlich auch ein Nordafrikaner ein Syrer. Aber nein, da sind auch keine Passfälschungen drunter. Dann hat man sich vor ein paar Wochen gewundert. Um Gottes Willen, wir haben drei, vier falsche Pässen gefunden. Stellen Sie sich vor. Ja, und jetzt stellt sich raus, tausende von Passfälschungen werden da festgestellt. Und es erfolgt nichts. Keine Anzeige, keine Strafverfolgung, nichts. Entschuldigung, Urkundenfälschung, Passfälschung, bis zu fünf Jahre Haft. Nein, muss man nicht zur Anzeige bringen. Ist da irgendwie der Straftatbestand, Strafvereitelung ein Thema? Wird da ermittelt? In diese Richtung wahrscheinlich nicht. Frankfurts B-Ebene, da werden inzwischen Drogen wie Brot verkauft. Die Leute trauen sich da nicht mehr im Bahnhof in die B-Ebene. Die Geschäftsleute haben die Schnauze voll. Die Polizei gibt auf. Die sehen keine Möglichkeiten mehr. Die sagen, wenn wir welche festnehmen, die werden sowieso sofort wieder freigelassen. Es werden eh keine Strafen verteilt. Warum sollen wir überhaupt noch was machen? So sagen es die Polizisten, mit denen man spricht hinter den Kulissen. Immer mehr No-Go-Areas, denen libanesische Großclans gehören. Andere Ethnien, die de facto die Macht übernommen haben. Polizei frustriert, gibt auf. Aber für einen harmlosen Bürger, um den sich nicht wegen Strafzettels, einen Mob von Dutzend Familienangehörigen schert, auf den kann man sich dann konzentrieren. Hier mit der ganzen Kraft des Gesetzes hart durchgreifen. Dafür reicht es dann gerade noch. Es ist schon wirklich beeindruckend momentan. Und im US-Wahlkampf, gerade wieder heute Nacht die Sitzung mit Trump und Hillary, da wird gelogen und betrogen. Das ist vollkommen normal. Da jeder lügt uns die Hucke voll. Wir schalten auch noch ein und gucken und das Volk jubelt und klatscht und frenetisch. Der eine lügt mehr als der andere. Einer intriganter als der andere. Und wir nehmen das hin. Da stellt der Trump sich hin und sagt, niemand respektiert Frauen mehr als ich. Man mag es als Kabarett annehmen. Man stelle sich so eine Situation vor 10, 15 Jahren vor. Man hätte sich das nicht träumen lassen, dass die Welt einmal so schnell in eine solche Richtung kommen wird. Aber in die obersten Positionen, da geht es wohl nur noch mit hemmungsloser Lüge, Intrige. Und was früher noch hinter den Kulissen war, wird jetzt mit einer solchen Frechheit augenscheinlich zu Markte getragen, dass man sich nur die Augen reiben kann. WikiLeaks dokumentiert übrigens auch das. Wir finden sie vermutlich im Mainstream wenig. Dokumentiert wunderbar. Hillary als Außenministerin, wie sie verantwortlich war für den Libyen-Krieg und was dahinter steckte. Wir werden es die nächsten 48 Stunden auf Cashkurs in der Zusammenfassung bringen, wie der Libyen-Krieg als Vorbereitung für den Syrien-Krieg schon damals galt. Aber mit dem Ziel, Assad muss weg. Das war das Ziel. Und die Hintergründe dort waren gesucht, oder wurden beschrieben in den Mails um Hillary herum über Israel und den Iran. Dass es darum ging, gegen Israels Angst vor dieser Achse Iran-Syrien zu nehmen, in die Zange genommen zu werden. Und wenn man Syrien, wenn man Assad ausschaltet, dann könnte man damit Israel wieder die Angst nehmen, vor dieser Achse Iran-Syrien gefangen genommen werden, bedroht zu werden. Und dann könnte man sich mehr Zeit lassen, bevor man mit Israel gemeinsam den Zeitpunkt findet, wo man Iran wegen der Atomwaffen doch angreifen muss. Aber dann hat man auch nicht die Doppelachse Iran-Syrien, sondern macht erst Syrien kaputt, und dann kümmert man sich um den Iran. Tja, so hängt das alles irgendwie zusammen, laut den Mails, die da veröffentlicht wurden. Aber im Mainstream finden sie da zu wenig. Ja, da machen diese Ausflüge von Trump, diese Verrücktheiten, die der von sich gibt, die sind natürlich viel spannender als diese Hintergründe, die unser aller Leben dramatisch bewegen, wie wir momentan sehen. ISIS, die helfen dabei ausschließlich, um den Amerikanern, um den Assad zur Seite zu bringen. Deshalb auf der einen Seite sind sie ja gegen ISIS, auf der anderen Seite brauchen sie sie und sind sie ein wichtiges Teil, um eben gegen Assad zu kämpfen. Andererseits sind sie auch das einzige Feigenblatt, das sie haben, um nicht sagen zu müssen, wir sind eigentlich nur hier, um Assad wegzuräumen, wegen den Israelis, sondern wir sind ja wegen ISIS hier. Ja, blöd jetzt, dass der Russe andere Pläne hat, weil für die ist Assad nach wie vor der rechtmäßige Präsident, was er de facto unter Jury eigentlich auch ist und die sagen sich aus, ist es unser Verbündeter und unser wichtiger Posten hier vor Ort und wir wollen ISIS einfach bekämpfen, ISIS muss weg. Und da haben die Amerikaner ein Problem, die wollen ISIS weg, aber eigentlich doch nicht, weil sie brauchen ihn ja und ihr Hauptziel ist Assad wegzukriegen. Und deshalb werden die auch keine Einigung im Sicherheitsrat haben, die Russen und die Amerikaner, weil die Russen wollen Assad eben nicht weghaben und die Amerikaner geht es ausschließlich darum, Assad wegzubekommen. Alles andere sind nur Nebenkriegsschauplätze im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb im Sicherheitsrat auch keine Entwicklung, keine Deeskalation, ganz im Gegenteil, lächerliche Diskussionen, Abstimmungen und die Gefahr, dass wir in einen dritten Weltkrieg reinrutschen, die ist momentan so groß, wie seit der Kuba-Krise nicht mehr. Während des Kalten Krieges noch, da galten die roten Linien, von denen jeder wusste, dass er sie einhalten muss und die wurden auch respektiert. Es wird momentan keine rote Linie mehr akzeptiert. Jeder macht, was er kann und viele namhafte Experten hinter den Kulissen, die warnen derzeit so klar, wie seit Jahrzehnten nicht mehr vor der unmittelbaren Gefahr eines Kriegsausbruchs innerhalb weniger Monate. Was sich hier momentan zusammenbraut, wir können uns das nicht vorstellen, wir können uns, wollen uns das nicht vorstellen, dass wir wirklich sehen, auch so eine Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg stehen, wo keiner, wo jeder sagt, das kann nicht passieren und wenige Monate später war es der Fall. Russische Militärs sagen, die Auseinandersetzung mit den USA ist unausweichlich nach der Osterweiterung und den Regimewechseln, die die Amerikaner vornehmen. Russland entsendet inzwischen atomwaffenfähige Kriegsschiffe ins Mittelmeer, stationiert entsprechende Systeme in Kaliningrad. Die Russen überlegen, Stützpunkte in Vietnam und Kuba wieder zu reaktivieren mit Atomwaffen. Gleichzeitig testen die Amis Abwürfe von Atombomben bei sich in der Wüste. Offen gestanden, meine Damen und Herren, ich habe die Schnauze dermaßen voll von korrupten Eliten, lügenden Politikern, die keine Werte mehr kennen, außer die Gier nach der Macht. Eine heuschlerliche Mainstream-Presse, die sich zum willfährigen Bückling macht und uns in Gefahren des zerstörenden Weltkrieges bringt. Ich habe dermaßen die Schnauze voll. Clintons Mails, die belegen, auch das werden wir die Tage bringen. Clintons Mails belegen die Einflussnahme auf zuverlässige Journalisten, wie es da heißt. Wird im Mainstream auch weitgehend ignoriert. Klar, gehören ja dazu. Und hier wird massiv Einfluss genommen im Wahlkampf und so weiter auf die Politiker, die einem wohlgesonnen sind. Die anderen werden entsprechend abgestraft. Es gibt gute Politiker, vollkommen klar. Es gibt gute Journalisten, die sich wirklich bemühen, die Sachen sauber darzustellen und hier nicht Propaganda zu machen. Aber es werden zunehmend weniger. Und am Ende des Ganzen, ich hatte auch keinen Bock auf eine Krawatte mehr. Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Knapp unter 10.500 heute Morgen der Markt. Und wir sind nach wie vor in der engen Spanne zwischen 10.200 und 10.800 wie seit Monaten. Und der Ausdruck über die jeweilige Marke wird entsprechende Bewegung bringen. Unterstützung heute noch um 10.000 bedeutet eigentlich, dass Forschung, Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren mehr oder weniger sinnlos ist, wenn man über siebenjährige Fahrzeugzyklen nachdenkt. Also das Thema Verbrennungsmotoren wird so oder so beerdigt. Ob sinnvoll oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Der eine oder andere Techniker mag sagen, das ist das Effizienteste und überhaupt, es spielt keine Rolle. Es wird politisch gewollt. Es ist momentan der, das Thema, wo man hin möchte. Und dann wird das auch passieren. Ganz egal, was sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und deshalb, das Thema Verbrennungsmotoren wird sich verabschieden. Offengestanden, ich trauere dem alten V8 irgendwann hinterher. 380 und Widerstand bei 10.650, um die engeren Marken zu nennen. Aber wie gesagt, alles Geplänkel, die großen Marken 10.2 und 10.800 bringen die Entscheidung. In Deutschland werden heute Morgen Exporte bejubelt. Tolle Exporte im August. Plus 5,4% nach oben ging es hier gegenüber dem Vormonat. Ja, im Juli waren es 2,6% minus. Das ignoriert man gelegentlich gegenüber dem Vorjahr. Sind es sogar 10% plus, die wir hinlegen im August. Ja, aber das Ganze ist leider ohne die Session. Chinas Zentralbankchef, der warnt vor einem Platzen der Immobilienblase. Na, ich meine, wenn der es schon sagt, dann waren wir schon eine ganze Weile davor, dass das Thema kommt. Ich frage es nicht, ob es kommt, sondern wann es kommt. Und die Anzeichen dafür, die werden immer größer, die Blase immer dramatischer. Teilweise gibt es inzwischen 30% Steigerungen der Preise am Immobilienmarkt in den Top-Städten. Auf dem Land sieht das ganz anders aus. Da wissen Sie nicht, wohin mit. Was war passiert? Wir hatten vor ein paar Jahren eine Riesenimmobilienblase. Und alle Effekte rauszurechnen, wie Ferienzeiten und Werksschließungen. Das ist alles unberücksichtigt. Und wenn man mal auf das große Bild schaut, in den ersten acht Monaten zusammen ging es um 0,8% gegen den Vorjahr nach oben. Das werden Sie wahrscheinlich im Mainstream so irgendwo am Rande finden, diese Ergänzung dazu. Man feiert diese schöne Monatszahl, ohne auf die Zusammenhänge zu schauen. Aber das sind wir ja gewohnt. Die Bundesländer wollen ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Das ist zumindest in der Planung. Das heißt, das sind noch entspannte 14 Jahre bis dorthin. Das ist nicht so wahnsinnig viel.